Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimorgue, Labyrinth of Lies. Wir sind immer noch in den Horus-Minen. Ich habe ja gerade was Grünes rumfliegen gesehen. Da spielen wir jetzt schon meine Augen einen Streich. Hier darf ich auf jeden Fall schwören können, ich habe hier was Grünes rumfliegen gesehen. Egal. Das macht nur hier auf und zu. Das macht zwar den Teleporter an, aber nicht auf, dass man wieder nach oben kommt. Hier ist hoffentlich auch nichts Grünes reingeflogen. Ich gucke mal kurz. Das heißt, ich könnte theoretisch... Ja, eigentlich müsste ich wieder da rüber. Soll ich aber keine große Lust drauf haben? Hä? Auf das Nest kann ich von hier aus nicht schießen. Ich komme von gar nirgends außer das Nest eigentlich. Wenn ich das richtig sehe. Hm, ne. Also, wie es so aussieht, wäre ich auch von dem Flattermann, der dort lebt, nicht wirklich traktiert. Okay. Hier hatten wir die Drachen, die nix machen. Also, ja, ich könnte versuchen, den zwei Froststeine reinzustecken, wenn ich sie nachher wiederhole aus der Feuerregion. So, jetzt will ich aber erst einmal da unten durch und dann in dieses Hallengebiet. Wolle ich mir erst einmal hier den Quick... den Autosave. So. Und genau hier geht's rum. Hier war alles abgeschlossen. War hier noch was? Steckenfleisch. Einmal Fäden. Das hat nur hier die Schleuse aufgemacht. Das heißt, ich kann... Au. Wieder hier durch. Nach hier oben. Sind noch alle einigermaßen am Leben. Ja. Das kann ich nämlich jetzt locker hochheilen. Bei dem Schraktor müsste ich nämlich jetzt zur Zeit Ruhe haben. Es ist nämlich nur, glaube ich, das eine ist übrig. Alle anderen müsste ich... ...eigentlich gekillt haben. Ja, da drüben... ...war ich noch nicht wirklich. So, warten wir, bis sie einmal auf und zu geht. Das kann ich nicht hauen. Das bringt mir jedenfalls nichts, das zu hauen. Ja. Was immer ich auch damit aktiviere. Bringt mir auch nicht wirklich was. Da haben sie wohl eine von diesen Wänden ausgegraben. Hier ist aber nicht weiter was. So, hier ist nur der Todestrakt. Den wir das letzte Mal schon hatten. Hm. Ich hätte erst gucken sollen, was für Buffs er noch hat. Dark Burst, Necomancy, Healing Light. Bless. So. Hi. 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 Ja. Okay, viel Zeug. Oh. Ja, der Galatwürfel. Auf den habe ich total vergessen gehabt. Ähm. Äh, ich sehe nicht, was da ist. Eine Spille. Eine Spille. Okay, jetzt sind zwei von diesen dicken Galatwürfeln hier drin. Wie tot bist du schon? Au. Ja, anders geht es gerade nicht. Wenn ich richtig sehe, sind es zwei von diesen Blobs. Das war geil, dass es schön da hinten bleibt. Und mir eigentlich nicht das Licht ausgeht. Dürfte das eigentlich gehen? So. Schön. Das war der Knopf, um da hinten aufzumachen. Ja, komm. Ja, komm. Ich weiß, das hat jetzt überhaupt nicht wehgetan. Das aber. Der Slash hat auch gut wehgetan. Okay, den Feuerzauber wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, damit mache ich die Tür da wieder auf. Wow, was ist denn das? Protection 16 ist eigentlich gleich gut. Nightshield, das habe ich schon. Erde. Deconstruct Earth. Remove many environmental blockages. Okay. Du bist, äh, ein thriving spell. Okay. Du bist eigentlich auf jeden Fall besser als das Ding. Okay. Das gebe ich aber allerdings nicht einfach so auf. Eine Goldmütze ist auch nicht verkehrt. Bone Amulet. Ähm. Das bringt alles nichts. Ich bin jetzt gerade, äh, hoffnungslos überladen. Was? Hab ich da gerade gedrückt? Äh. Äh. Stirb. Einfach. Äh. Ah, dort drücken wir die. Ja, okay. Ja. Okay. Dieser Kluft spawnt neue Gegner. Nehme ich mal an. Oder spawnt einmalig neue Gegner. Oder triggert was auf der anderen Seite hier. Und ja, ich weiß, ich bin überladen. So.